Bei Titti in der Eisdiele ist die Kacke übrigens auch gerade am dampfen. Bei Elvis super sauer ist, dass sein Tisch aussieht wie Sau. Hi Elvis. Vanille. Vanille was? Ja, Vanille. Wie immer. Mit Sahne? Nee. Hast du sonst immer Sahne? Nö. Hab ich mich eben verändert. Und Tarzan erlitt durch seine demolierte Karre einen schweren Einschnitt in seine Männlichkeit. Verdammt, Titti, wie kann man so doof sein? Dieses Fahrzeug. Das ist ein Klassiker. Wenn ich da für Ersatzteile brauche, dann muss ich bis zu den Luthorst hinfahren. Da war eine Mauer. Diese Mauer, die steht seit 40 Jahren da. Musst du dir unbedingt die engste Stelle auf der Straße aussuchen? Zu blöd zum Wenden, ne? Titti. Guck mal, der sieht doch aus wie ein geiler Hirsch in Dauerbrunft. Na, wie ganz? Dann komm mal her, du spitze Latten, Harry. Da sind sie ja schon. Setzen Sie sich. Bei dem drehte sich im Leben tatsächlich alles nur ums Moos und ums Möschen. Was kann ich tun für Sie? Also ich bin nur mit meiner Ente die Vorwärtsstraße lang und dann hat's plötzlich ums gemacht. Verstehe. Dann hat's also ums. Ums. Kämmer. So, darf ich Ihnen den Kaffee einfach hierhin stellen? Ja, danke, Frau Leinvogel, danke. Danke. Nehmen Sie Zucker. Na, du bist ja ein ganz scharfer Cowboy. Ja. Ja! Ja! Reit mich ein. Ist ja wohl alles, weil die Schläge nur von Bäumen raufkommt. Was ist los? Ist die Schaumstum oder was? Und selbst im Straßenverkehr haben wir Schneckeneuchtüten bei weitem überholt. Na also. Dann geht dich zu blöd zum Binden, ne? Hatsam. Da war ne Mauer. Und endlich haben die Mädels Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Titti, vielleicht Eis. Und nun, voll emanzipiert, wollen wir an die dicke Kohle ran. Genial, ein Abrissungsbisschen. Und zwar ohne Gnade. Der sieht doch aus wie ein geiler Hirsch im Dauerbruch. Na mercy! Dann gehen sie die Vorwortstraßen lang und dann jetzt kurz wieder. Bums, kümmer. Bums, kümmer. Na mercy! Was war denn? Sie können jetzt gehen. Komm! Los, verschwinde hier! Der war ganz dick! Dunkel laufen, Baby! Jetzt sind es leider nochmal 50.000. Was machen die denn da? Wir brauchen die Videobänder, die Fotos und die negativen. Was sie wollen! Stopp! Stella! Wir kommen komplett gegen unsere Abmachung! Niemals an die guten Männer! Verkauf dir. Du bist mir noch verschuldig. Ich helfe dir, ja? Ey, alter Zwick, ab! Einsatz! Ja! Wamba, Zamba! Wamba, Zamba! Wamba, Zamba! Ist Pille Palle! Hämliche Weiber! Was bilden die sich ein? Ohne Skrupel! Ohne Eier! Ohne Gnade! Die sind da bekloppt! Sie sind da bekloppt! ENTERTRABELGIN